Oliver Kahn, 52, macht gut elf Wochen nach der Machtübernahme von Karl-Heinz Rummenigge, 65, jetzt ernst und baut den Klub nach seinen Überzeugungen um. Welche Bayern-Boss unter dem neuen Vorstandsboss Kahn weichen muss und welche neue Rolle für Teammanagerin Kesslin Krüger, 36, angedacht ist, lesen Sie nur mit Bild+. Untertitelung. BR 2018 BR 2018